Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen auf uns. Viele von ihnen sind seit Jahrzehnten Kunden von Webtec und arbeiten mit hydraulischen Mess- und Steuerungsprodukten, die wir entwickelt und hergestellt haben, um die Produktivität von Arbeitsmaschinen zu verbessern. Unsere Kunden sind unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen, Bergbau, Kommunalfahrzeuge und Fahrzeugtechnik tätig. Wir haben einen guten Ruf für Qualitätsprodukte, die in rauen Umgebungen funktionieren. Bei unserem Angebot an hydraulischen Regelventilen und Prüfgeräten richten wir uns nach den Bedürfnissen des Endanwenders. Ganz gleich, ob sie eine Durchflussregelung, Zustandsüberwachung oder Diagnose- oder Produktionsgeräte benötigen. Wir haben die passende Lösung. Falls sie etwas ganz anderes benötigen, kann unser Team aus erfahrenen Ingenieuren eine Lösung speziell für sie entwickeln. Was wir entwickelt haben, ist ein System, das funktioniert und das wir über viele Jahre hinweg verfeinert haben. Wie so vieles, was gut ist, haben wir schon gemacht, bevor wir merkten, dass wir etwas Besonderes haben. Wir nennen unseren Ansatz Make it Blue. Zunächst einmal bieten wir Ihnen, wie allen unseren Kunden, Zugang zu umfangreichem Schulungs- und Ausbildungsmaterial über hydraulische Mess- und Regeltechnik, das zu Ihrem Nutzen und dem Ihrer Teams ständig aktualisiert wird. Wir hören zu. Wir verstehen Ihre Aufgabenstellung, weil wir Kundenservice, Hydrauliksystemwissen und Produktdesign als Teil eines Teams zusammenbringen. Wenn wir kein passendes Produkt haben, suchen wir nach einer maßgeschneiderten Lösung. Dank unseres Know-hows und unserer Investitionen in Personal und Technologie können wir maßgeschneiderte Produkte anbieten und diese im eigenen Haus fertigen. Unabhängig davon, ob wir das Projekt mit Ihnen durchführen oder nicht, erhalten Sie eine Blue Scorecard, in der wir unsere Überlegungen zu Ihren Herausforderungen aufführen. Wir entwickeln weiter. Sei es, indem wir Ihr Branding in eines unserer Produkte integrieren oder eine einzigartige Komponente entwerfen. Bei jedem Schritt teilen wir digitale und physische Prototypen mit Ihnen. Und wir konstruieren. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet Hand in Hand mit der Fertigung, sodass wir ein funktionell überlegenes Produkt mit einem Touch of Blue herstellen können. Kunden berichten uns, dass Make it Blue ihre Produktivität steigert. Ein Kunde hat beispielsweise über 750 Liter Kraftstoff pro Jahr eingespart. Ein anderer hat 243 Arbeitsstunden pro Jahr für Produktänderungen nach der Auslieferung eingespart. Während andere nun die Produkte haben, die Sie bei Ihren IoT-Projekten voranbringen. Zusätzlich bieten wir lebenslangen Support für unsere Produkte. Sobald wir Ihre Komponente geliefert haben, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Falls Sie es benötigen, bieten wir weltweit fünf Service-Zentren für Reparatur und Kalibrierung an. Unsere Verkaufsteams und Vertriebspartner sprechen Ihre Sprache, egal ob es Hydraulik oder Chinesisch ist. Wir sind bestrebt, unsere Kunden in ihrer eigenen Sprache sowie auch über unsere mehrsprachige Website zu unterstützen. Interessiert? Lassen Sie uns gemeinsam Make it Blue umsetzen. Kontaktieren Sie uns noch heute. Besuchen Sie www.webtech.com.